In diesem Tutorial werden wir uns bei der Beschreibung von Halbebenen und Flächen Beispielaufgaben anschauen, wo man bei gegebenen Parameterbereichen die Abbildung oder die Punktemenge bestimmen muss. Bevor wir gleich loslegen, will ich kurz zeigen, was euch bei diesen Aufgaben erwartet wird, beziehungsweise welche Grundlagen vorausgesetzt sind, um diese Aufgaben nachzuvollziehen. In erster Reihe erwartet uns der Umgang mit Halbebenen, Viertelbenen, Parallelogramme, Dreiecke, Strecken, Halbgeraden und Geraden, beziehungsweise wie man diese geometrisch im Raum festlegt. Die wichtigste Voraussetzung, die folgenden Aufgaben zu verstehen, ist der Umgang mit der Parametergleichung einer Ebene, so wie hier links unten dargestellt. Fürs Erste wollen wir uns an den Aufbau dieser Parametergleichung erinnern. Von links nach rechts fangen wir mit dem Kleinvektor P an. P ist der sogenannte Stützvektor und eigentlich ein Ortsvektor, den man sich sehr vereinfacht einfach als Stützpunkt vorstellen kann. Das bedeutet einfach, so wie rechts abgebildet, als ein Punkt im Raum. Dann gibt es natürlich noch die sogenannten Richtungs- oder Spannvektoren. Das sind die zwei Vektoren, die die Ebene aufspannen. Man kann sich das Ganze so wie rechts abgebildet vorstellen. Und dann, was uns wirklich interessiert, sind diese zwei Parameter T und S, weil man mit Hilfe dieser Parameter dann Halbebenen, Parallogramme, Dreiecke und so weiter festlegen kann. Und wie man mit Hilfe dieser Parameterwerte zum Beispiel ein Parallogramm festlegt, sehen wir jetzt anhand eines einfachen Beispiels. Wenn wir unsere abstrakte Ebene auf der rechten Seite betrachten. Die ist natürlich unendlich groß. Allerdings wollen wir jetzt nicht die ganze Ebene betrachten, sondern nur einen gewissen Abschnitt aus dieser Ebene. Und damit meine ich natürlich das grüne Parallogramm hier. Um dieser Parallogramm oder die Größe oder die Fläche dieses Parallogramms festzulegen, braucht man die Eckpunkte des Parallogramms. Also P, A, B und C. Wenn wir jetzt die passenden Parameterwerte für diese vier Eckpunkte hätten, dann können wir behaupten, dass wir diesen Parallogramm festgelegt haben. Wir fangen natürlich mit dem einfachsten Punkt an und das ist Punkt P. In Punkt P oder Punkt P besitzt immer die Parameterwerte 0. Also da ist T0 und S0. Übrigens, das könnt ihr auch sehr einfach nachvollziehen, wenn ihr die Parameter gleich und links anschaut. Wenn ich hier für T und für S0 einsetze, dann bleibt ja nur diesen Kleinvektor P übrig. Und das ist natürlich der Ortsvektor zu Punkt P. Als nächstes wollen wir Punkt A festlegen. Um von P nach A zu kommen, müssen wir einmal in Richtung U gehen. In Richtung V bewegen wir uns gar nicht. Deshalb lauten die passenden Parameterwerte T gleich 1, weil wir mit T gleich 1 einmal in Richtung U gehen und S gleich 0, weil wir uns nicht in Richtung V bewegen. Als nächster Punkt wählen wir C. Um von P nach C zu kommen, müsst ihr euch nur in Richtung V genau einmal bewegen. Das heißt, T ist 0, weil wir uns nicht in Richtung U bewegen und S ist 1. Und unser letzter Punkt B. Um B zu erreichen, müssen wir erstmal von Punkt P zu A gehen und das ist einmal Vektor U und dann von A nach B. Von A nach B ist das gleiche wie von P nach C, also einmal Vektor V. Entsprechend hat dann B die Parameterwerte T gleich 1 und S gleich 1. Und damit hätten wir jetzt die Fläche dieses Parallelogramm festgelegt und die Parameterbereiche für die zwei Parameter T und S liegen natürlich, so wie hier unten abgebildet, zwischen 0 und 1. Einen kleinen Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr bei diesen Grundlagen Probleme hattet, mir zu folgen, empfehle ich zuerst, das Grundlagenvideo zu diesem Thema anzuschauen, was ihr entweder oben rechts unter den I-Punkt findet oder am Ende dieses Tutorials im Abspann. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen mit den Grundlagen angefreundet haben, werden wir Beispielaufgaben anschauen, wo es darum geht, bei gegebenen Parameterbereichen die Abbildung oder die Punktemenge zu bestimmen. Also, eine passende Aufgabenstellung könnte so lauten. Gegeben sind ein Punkt P und zwei nicht-kollineare Vektoren U und V. Skizziere und beschreibe die Punktemenge, welche durch die Parameterform, die dort gegeben ist, beschrieben wird. Und zwar, wir sehen schon die erste Teilaufgabe, wenn T größer gleich 0 und S größer gleich 0. Bevor wir mit der Lösung anfangen, sollten wir die Aufgabenstellung ein bisschen genauer betrachten. Das sind so ein paar wichtige Informationen, die ihr nicht durcheinander bringen solltet. Also, es fängt alles an mit einem Punkt P und zwei nicht-kollineare Vektoren U und V. Gut, ein Punkt P sich vorzustellen im Raum ist ja nicht schwer, tue ich auch hier unten links in der Ecke, sieht dann so aus. Als nächstes zwei nicht-kollineare Vektoren U und V. Zur Erinnerung, nicht-kollinear bedeutet, dass die Vektoren keine Vielfache sein dürfen. Also, wenn man jetzt vom Punkt P ausgehen, zwei Vektoren angeben möchte, die keine Vielfache sind, werden sie so ungefähr aussehen. Also, Vektor U zeigt in eine Richtung, Vektor V zeigt in eine völlig andere Richtung. Das bedeutet, dass sie keine Vielfache sind oder nicht-kollinear. Und dann haben wir noch die Parametergleichung, wo uns verraten wird, praktisch, wo die Parameter hingehören, also zu welchen dieser beiden Vektoren. Zum Beispiel, wir können ganz gut erkennen, dass der Parameter T zum Vektor U gehört, also das ist der Laufparameter für U, und Parameter S ist der Laufparameter für V. Übrigens, dieser Klein-P hier vorne ist ja nichts anderes als der Ortsvektor zu Punkt P. Also, vereinfacht gesehen, ist das Punkt P. Und jetzt können wir uns Gedanken über die Lösung dieser Aufgabe machen. Die Aufgabenstellung verrät uns, dass T und S größer 0 sein müssen. Das bedeutet, der kleinste Wert, das T und S annehmen können, ist 0. Dafür befinden wir uns hier in diesem Punkt P. Also, da ist T gleich 0 und S gleich 0. Und dann können beide Werte praktisch gegen unendlich laufen. Das heißt, wenn wir in Richtung U schauen, wo T zuständig ist, dann können wir uns diesen Vektor unendlich lang nach rechts vorstellen. Und das gleiche in Richtung V, wo S zuständig ist, diesen Vektor können wir uns auch unendlich oft oder unendlich lang nach oben vorstellen. Also, entstehen tut eine Fläche, die nach links und nach unten begrenzt ist, aber nach rechts und nach oben unbegrenzt ist. Und das ist natürlich eine Viertel-Ebene. Das hier wäre jetzt die zweite Teilaufgabe. Bei dieser Aufgabe können wir uns natürlich den Punkt P und die zwei nicht-Golianen-Vektoren um V genauso wie vorher vorstellen. Und wenn wir die Aufgabenstellung ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, dass beide Parameterwerte begrenzt sind. Also, T nimmt Werte zwischen 0 und 0,5 und S Werte zwischen 0 und 2. Wenn wir uns das jetzt unten in unserer Abbildung vorstellen, fangen wir doch mit T an. T läuft in Richtung U. Und wir gehen jetzt nur bis 0,5. Von 0 bis 0,5. Bedeutet das, dass wir bis zur Mitte oder zur Hälfte des Vektors U gehen werden. Und danach haben wir eine Begrenzung, die ich hier mit grün angedeutet habe. So ähnlich funktioniert es auch bei S. Also, S läuft zwischen 0 und 2. Das bedeutet, die maximale Länge dieser Kante, die da entsteht, ist zweimal die Länge des Vektors V. Und auch hier gibt es dann nach oben eine Begrenzung, weil über die 2 hinaus geht es nicht. Also, was hier entstanden ist, ist natürlich diese Fläche, die selbstverständlich ein Parallelogramm ist. Die dritte Teilaufgabe ist zugegeben nicht so einfach. Diejenigen von euch, die vielleicht das Grundlagenvideo dazu angeschaut haben, werden wohl wissen, dass es nur eine Figur oder eine Fläche gibt, die drei Randbedingungen, so wie hier, beinhaltet. Und dann ist es ein bisschen klarer, was es ist. Für alle anderen, die jetzt auf Anhieb nicht wissen, um was es sich für eine Fläche handelt, versuchen wir uns, das an dieser Stelle zusammenzureiben. Für den Anfang haben wir eigentlich zwei bekannte Randbedingungen, T größer gleich 0 und S größer gleich 0. Also, wir haben uns unser Punkt P und die Vektoren und V können so aussehen. Und T größer gleich 0 und S größer gleich 0 hatten wir auch bei der ersten Teilaufgabe. Und das bedeutete nichts anderes, als dass U oder T in Richtung U gegen unendlich läuft und S in Richtung V gegen unendlich läuft. Und in Sicherheit erinnert ihr euch an dieser Stelle, dass wir mit den ersten zwei Randbedingungen eigentlich eine Viertel-Ebene hatten. Die Frage ist nur, was macht unsere dritte Randbedingung hier, dieser T plus S höchstens 1? Naja, es ist eine einschränkende Bedingung und eigentlich schränkt sie die Figur auf diese Art und Weise an, so dass ein Dreieck entsteht. Naja, wenn man den Trick kennt, dann ist die Aufgabe hier an dieser Stelle schon fertig und man kann ja gleich aussagen, dass es ein Dreieck ist. Aber für diejenigen von euch, die das nicht auf Anhieber kennen, gebe ich jetzt noch eine kurze Erklärung. Für den Anfang betrachten wir die Eckpunkte dieses Dreiecks und bestimmen für diese Eckpunkte die passenden Parameterwerte. Also, wir haben einmal diesen Punkt P, der ist klar und deutlich. Dann könnten wir sagen, hier an dieser Stelle hätten wir eigentlich noch ein Punkt A und hier an dieser Stelle meinetwegen noch ein Punkt B. So, wie ihr euch wahrscheinlich erinnert, im Punkt P hat man immer die Parameterwerte 0. Also, damit meine ich natürlich T ist 0 und S ist 0. Jetzt, wir könnten schauen, was für Parameterwerte A hat. Na ja, von P zu A gehen wir nur einmal in Richtung U. Das bedeutet, bei A wäre T gleich 1 und weil wir uns überhaupt nicht in Richtung V bewegen, wäre entsprechend S 0. Und beim Punkt B genau andersrum. Wir bewegen uns von P aus nur einmal in Richtung V. Das bedeutet, hier wäre T gleich 0, weil wir uns gar nicht in Richtung U bewegen und S gleich 1. Also, das sind die Parameterwerte für die Eckpunkte des Dreiecks. Jetzt, als nächstes, könnten wir irgendeinen Punkt auf dieser Kante AB wählen und für diesen Punkt die passenden Parameterwerte bestimmen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ich habe ja vorher gesagt, dass diese Kante AB, also diese Begrenzung, durch diese Randbedingung hier festgelegt wird. Weil es ein bisschen einfacher ist, entscheide ich mich jetzt für die Mitte. Und diese Mitte bezeichne ich natürlich mit Punkt M. Und wir machen uns jetzt ein paar Gedanken, wie wir von P nach M kommen. Um in N zu landen, müssen wir erst mal bis zur Mitte des Vektors U gehen. Also bis zu diesem Punkt hier. Und dann können wir auch hinschreiben, das wäre dann entsprechend die Hälfte vom Vektor U. Und das hier, ob ihr es glaubt oder nicht, ist genau die Hälfte des Vektors V. Der Grund dafür sind die Strahlensätze, die genau das hier unter anderem aussagen, wenn wir hier auf beiden Kanten Mitte haben, dann wird dieser Kante Länge genau die Hälfte von dieser Kante Länge sein. Und das könnt ihr als gegeben betrachten. Entsprechend können wir jetzt für M die Parameterwerte hinschreiben. Also T wäre dann 0,5 und S wäre entsprechend ebenfalls 0,5. Und wenn wir die Summe dieser beiden Parameterwerte bilden, so wie uns die Randbedingung sagt, dann haben wir 0,5 plus 0,5 ist entsprechend 1. Und auch wenn ich jetzt keine weiteren Punkte nehme, weil es viel zu viel wäre für diese arme Abbildung, egal welchen Punkt ihr auf dieser Kante nehmt, wenn ihr die Parameterwerte addiert, wird immer die Summe 1 sein. Nur mal so am Rande, hier steht höchstens oder kleiner gleich 1, weil zum Beispiel ein Punkt im Inneren dieses Dreiecks, wenn wir dafür jetzt die Parameterwerte bestimmen würden, und sie addieren, dann eine Zahl ergeben, die kleiner ist als 1, also irgendwas zwischen 0 und 1. Da bei solchen Aufgaben sehr oft nicht nur Halbebenen, Viertelbenen, Parallelogramme oder Dreiecke vorkommen, sondern auch noch Strecken, Halbgeraden und Geraden, wollen wir an dieser Stelle vor den Beispielaufgaben auch diese Begriffe kurz wiederholen. Also in der ersten Reihe müsst ihr euch erinnern, was eine Strecke ist. Sehr vereinfacht formuliert ist eine Strecke die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Also das können wir uns auch ein bisschen bildlich vorstellen. Wir haben hier zwei Punkte A und B und diese Linie dazwischen ist die Strecke. Dann gibt es noch Halbgeraden. Halbgerade oder eine Halbgerade ist die Verlängerung der Strecke über einen Punkt hinaus. Also wenn wir wieder diese Strecke da oben betrachten, zwischen den Punkten A und B, wenn wir zum Beispiel diese Strecke über den Punkt B hinaus verlängern, ins Unendliche, dann haben wir eine Halbgerade, weil sie bei A begrenzt ist. Natürlich könnten wir es auch in die andere Richtung verlängern und bei B begrenzen. Es wäre trotzdem eine Halbgerade. Und natürlich noch, vielleicht das einfachste Begriff, Gerade. Eine Gerade ist die Verlängerung der Strecke über beide Punkte hinaus. Es könnte dann entsprechend so aussehen, unendlich lang nach links und nach rechts. Und diese Begriffe werden uns hoffentlich helfen, um die nächsten drei Teilaufgaben zu lösen. Also, wir betrachten jetzt die vierte Teilaufgabe und zwar die Teilaufgabe D. Da steht in erster Reihe, dass T1 ist und S-Element von R. Zur Erinnerung, S-Element von R, das bedeutet, S kann alle möglichen Werte annehmen, von Minus bis Plus unendlich. Die Aufgabenstellung oben ist unverändert. Also, wir haben immer noch diesen Punkt P und die zwei nicht-kolineare Vektoren U und V. Deshalb starten wir mit der gleichen Figur wie vorher, also unser Punkt P und die Vektoren U und V. Als erstes müssen wir uns natürlich vorstellen, was T gleich 1 für unsere Figur bedeutet. Wir starten wie immer mit dem Punkt P und T gleich 1 bedeutet, von P aus gehen wir genau einmal diesen Vektor U nach rechts. Also befinden wir uns hier, wo die Spitze ist und das können wir als den Punkt Q definieren. Jetzt, als nächstes, S-Element von R. Wir haben bereits gesagt, S-Element von R bedeutet, dass S alle möglichen Werte annehmen kann. Das heißt, von diesem Punkt Q aus können wir uns einmal diesen Vektor V vorstellen und weil S alle möglichen Werte von Minus bis Plus unendlich annehmen kann, entsteht da praktisch eine unendlich lange, natürlich, Gerade und das wäre dann auch die Punktemenge, die wir suchen. Also, schlussfolgern können wir sagen, wir haben eine Gerade durch Q mit V als Richtungsvektor. Bei der Teilaufgabe E ist T größer gleich 0 und S gleich 0,5. Es ist immer ein bisschen einfacher, in solche Stationen mit den festen Werte anzufangen. Deshalb fangen wir auch hier mit S gleich 0,5 an und das versuchen wir uns anhand unserer bekannten Figur vorzustellen. Also, S gleich 0,5 bedeutet für uns, wir gehen von P aus bis zur Mitte dieses Vektors und das bezeichne ich jetzt als Punkt M. Und ab hier müssen wir berücksichtigen, dass T größer gleich 0 ist. Also, für T kommen alle Werte in Frage von 0 bis unendlich. Das bedeutet, wir haben nicht nur einmal diesen Vektor U, sondern nach rechts ist diese Strecke unendlich lang. Aus diesem Grund haben wir eine Halbgerade, weil nach links ist diese Strecke durch M begrenzt und nach rechts offen. Also, zusammenfassend können wir sagen, Halbgerade durch M mit Vektor U als Richtungsvektor. Und hier haben wir unsere letzte Teilaufgabe. Hier ist T gleich 1, also wieder ein fester Wert und S kann Werte zwischen 0 und 2 annehmen. Deshalb fangen wir wieder mit unserem Punkt P und unseren zwei nicht-kollinearen Vektoren U und V und stellen wir uns erstmal natürlich T gleich 1 vor. T gleich 1 bedeutet, wir gehen einfach nur einmal in U-Richtung und befinden uns hier an dieser Spitze des Vektors U. Das können wir bezeichnen als Punkt A. Und von hier aus haben wir dann Werte für S zwischen 0 und 2. Das bedeutet, wir können diesen Vektor V maximal zweimal dranhängen. Und damit ist diese Strecke nach oben sozusagen begrenzt. nach unten sowieso, weil S kann ja nicht kleiner als 0 sein. Also, wie bereits erwähnt, in diesem Fall haben wir dann eigentlich eine Strecke zwischen den Punkten A und B. So, wie bereits am Anfang erwähnt, bezieht sich dieses Video nur auf einen Aufgabentyp in diesem Zusammenhang. Weitere Übungsaufgaben zu diesem Thema findet ihr gleich im Abspann. So wie andere Videos, zum Beispiel zu den Grundlagen von Halbebenen und Flächen oder Tutorials zur Umformung von Ebenengleichung. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.